Das sind Sie und das ist meine Mom, Mary. Mary Samson. Das ist ja verrückt. Mary Samson ist deine Mutter? Sie hatte einen Spitznamen, warte, wir nannten sie immer... Mary? Und noch was Mary... hab ich vergessen. Jedenfalls hat meine Mom das nochmal nachgerechnet, mit der Schwangerschaft, wann ich gezeugt wurde. Es war auf dieser Party. Sie hat gesagt, einer der Jungs auf diesem Foto muss mein Vater sein. Mein richtiger Vater. Tja, sie hat an dem Abend etwas getrunken und kann sich einfach nicht mehr erinnern, mit wem sie geschlafen hat. Was ich mehr als nur bestürzend finde. Tja, deswegen muss ich Ihnen diese Frage stellen. Und glauben Sie mir, ich hätte mir nicht mal in meinen schlimmsten Albträumen vorgestellt, dass ich mal rumlaufen würde und diese Frage stelle. Meine Frage lautet... Hatten Sie Sex mit meiner Mom? Soll... Soll es verheißen, dass du mein... Wäre denkbar. Lassen Sie sich Zeit. Ich habe einen Sohn. Aber du bist schon... Du bist schon fast erwachsen. Ich hab so viel verpasst. Tut mir leid, dass ich nie für dich da war. Anal Mary. Das war Ihr Spitzname. Alle nannten Sie nur Anal Mary. Also ich glaube fast, ich bin nicht dein Dad. Aber Sie hatten doch Sex mit ihr. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Ich habe deine Mom nur Anal genommen. Das war's.